Boah. Das Runde muss ins Eckige. Flach spielen, hoch gewinnen. Das Runde muss ins Eckige, Leute. Das Spiel dauert 90 Minuten. Das Runde muss ins Eckige. Tor ist Tor. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Das Spiel geht 90 Minuten. Das fand ich ja auch. Das Runde muss ins Eckige. Flach spielen, hoch gewinnen. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Sehr gut. Der Mensch macht Deutschland.